Ja, hallo, grüßt euch. Heute ist Donnerstag, der 13. August und ich bin jetzt auf dem Weg nach Dandenberg und gehe einen super schönen Weg an der Jetzel oben auf dem Deich. Und ja, es ist wirklich ein schöner, sonniger Tag heute, nicht zu heiß, weil ein guter Wind geht und ja, landschaftlich einfach schön hier eben der Jetzel auf den Damm zu laufen. Ja, hatte gestern einen tollen Tag auch, habe viele interessante Leute kennengelernt, Menschen, mit denen ich vielleicht sonst gar nicht so in Kontakt kommen würde und ja, einfach auch wieder viel über das Leben erfahren, wieder viele Dinge erfahren, die ja bei Menschen passieren, die ja anders aufgewachsen sind, andere Voraussetzungen hatten, ja, einfach andere Bedingungen hatten, sich zu entwickeln und ja, wirklich sehr berührend auch. Was für Geschichten es gibt von Menschen, wie sie sich entwickelt haben, wo sie heute stehen, andere Ansichten zu hören, ist immer wieder eine Bereicherung und ja, macht mich einfach auch sehr, sehr glücklich und zufrieden, das mal so mitzukriegen. Ja, ansonsten geht es mir sehr gut, mein Bein wird langsam besser, es schmerzt nicht mehr ganz so stark und ja, ich freue mich tierisch jetzt auf den heutigen Tag, auf die nächsten Tage noch und denke mal, dass ich dann übernächsten Dienstag im Ziel einlaufen werde. So ihr Lieben, bis dann, macht's gut, ciao!